Der Papst hat es den Konservativen in den USA mal so richtig gezeigt. Ja? Hat er wirklich? Wir reden drüber im Video. Der Papst hat in den letzten Tagen eine ganze Rutsche Kardinäle ernannt. Darunter den Bischof von San Diego. Das wird von Papst Kenand allen Teilen als kräftige Ohrfeige für die konservativen katholischen Kräfte in den USA gewertet. Warum? Weil der Bischof von San Diego dafür ist, dass Nancy Pelosi zur Kommunion gehen sollte. Nancy Pelosi ist eine wichtige, also eine wirklich sehr, sehr wichtige Politikerin in den USA. Und sie setzt sich für ein liberales Abtreibungsrecht ein. Das hat dazu geführt, dass sie jetzt in ihrem Heimatbistum nicht mehr zur Kommunion gehen darf. Weil der dortige Bischof gesagt hat, wer so etwas tut, sich also für liberale Abtreibungsgesetze einzusetzen, der begeht eine so schwere Sünde, dass die Kommunion ihm oder ihr verboten werden muss. Dazu ein kleiner Einwurf. Wenn mir das passieren würde, also, dass ich nicht mehr zur Kommunion gehen dürfte, das wäre eine absolute Katastrophe für mich. Die Kommunion ist der Ort, wo ich ganz intensiv fühlen kann, dass Gott da ist, dass Gott bei mir ist, dass Gott mich liebt. Das wäre für mich ungefähr genauso schlimm, als wenn ich meine Frau nicht mehr küssen oder meine Kinder nicht mehr umarmen dürfte. Für einen gläubigen Katholik oder Katholikin ist es so, dass ihm ein Stück Lebensglück entrissen wird, wenn ihm verboten wird, zur Kommunion zu gehen. Der Bischof von San Diego hat nun gesagt, er findet es absolut nicht in Ordnung, dass so mit Nancy Pelosi umgegangen wird. Er hat nicht gesagt, dass er ihre politischen Ansichten bezüglich Abtreibung teilt, sondern er hat gesagt, die Kommunion darf kein Teil der politischen Auseinandersetzung sein. Versteht mich nicht falsch. Ich bin sehr dafür, wenn die Kirche in der Politik, in der Gesellschaft ihre Stimme erhebt und für ihre Inhalte kämpft. Aber ich finde, es muss Grenzen geben. Leute versuchen, unter Druck zu setzen, indem man ihnen die Sakramente vorenthält, finde ich absolut unmöglich. Und ich denke, es ist auch ein Missbrauch dieser Sakramente. Die Sakramente sind dazu da, Liebe zu verbreiten, die Gegenwart Gottes spüren zu lassen und nicht, um jemanden politisch auf die Linie zu bringen, die man gerne hätte. Ich finde das absolut skandalös. Die Kommentatoren, die sich mit Vatikan und Papst auskennen, sind sich nun einig, dass der Papst hiermit ein deutliches Zeichen gesetzt hat. Das ist wirklich ein deutliches Zeichen, in dem der eine Kardinal wird und der andere nicht. Ich finde, ein deutliches Zeichen wäre, in dem Heimatbistum von Nancy Pelosi anzurufen und mal zu fragen, was da eigentlich los ist. Und ob man es richtig findet, die Kommunion als politisches Kampfmittel einzusetzen. Das könnte ein deutliches Zeichen sein. Ich will nicht ausschließen, dass der Papst das nicht längst getan hat und wir das einfach nicht mitbekommen. Aber die Einsetzung eines Bischofs zum Kardinal und des anderen nicht, kann ich wirklich nicht als ein solch deutliches Zeichen sehen. Wenn ihr wissen wollt, was die Eucharistie bzw. die Kommunion ist und warum das für KatholikInnen so wichtig ist, dann guckt euch das hier an. Und wenn ihr keinen Zornausbruch von mir verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.